Und hallo und herzlich willkommen zu DART am Abend mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Na, es wird ja glaube ich gar nicht am Abend hier freigeschaltet werden. Das Spiel nennt sich natürlich nicht DART am Abend, sondern Assassin's Creed Black Flag. Ich muss noch irgendwas machen. Ich muss da noch dichter ran. Und da ist ein Gebüsch und da ist ein Gebüsch. Da kann ich dann hin, aber... War weich? Hast du weich gehegen? Alles gut. Beruhig dich. Guckt euch das mal an. Ist das nicht fies? Na gut. Kümmert euch. Und ich hab keine Dinger mehr bald. Noch krebst da rum. Der hat doch gar nichts gemacht. Der hat auch am Boden gelegen. Wie kann er die denn da... Wo ist denn hier? Hier ist gar kein Gebüsch mehr. Guckt euch das mal an. Das jetzt so eine gute Idee war? Ich weiß es nicht. Gehen die jetzt? Die gehen jetzt. Der bleibt liegen. Ich werd mal ganz schnell... Ich mach das mal so. Das klackert ja nicht so laut. Wo haben wir das denn da? Kann doch. Drei baue ich noch. Dann hab ich wieder zehn. Ich kann jetzt auch nicht durchsuchen, so richtig. Wie sonst. Guck mal, wie der da liegt. Da kann ich nix durchsuchen. Hm, hm, hm. Ich komm jetzt wieder zurück. Okay. Ich weiß nicht, warum die jetzt wieder deaktiviert wurden. Das verstehe ich nicht. Gehen die jetzt weg? Gut. Oh, scheiße! Ich kann hier die Luft anhalten ohne Ende? Ach, Mann! Er zieht wieder die Waffen nicht! Es ist zum verrückt werden. Seht ihr? Und wenn ich... Wenn ich, ähm... Eigentlich könnte ich die ja mal durchsuchen. Geht das? Das geht. Dann nutze ich den Bug aus. Vielleicht kriege ich ja noch ein paar... Nee, das geht nicht. Vielleicht kriege ich ja noch ein paar Pfeile. Den kann ich auch durch... Hm, so gut. Dann machen wir das. Aber es gab keine Pfeile. Da oben. Ich muss einfach jetzt da hin. Da habe ich einen besseren Überblick. Warte mal, sind hier noch Gebüsche? Kommt ihr nu oder kommt ihr nu? Da steht er. Na nun komm. Zwei stehen da sogar. Ah, die stehen mir mit einem Rücken zu. Todesmutig. Das Gebüsch da wäre besser. Das hier. Lauf doch da rein und mach nicht... Tanz nicht noch dabei, Ballett. Das ist auch scheiße. Das ist alles scheiße. Kann ich hier nicht hochklettern? Spiel? Da muss ich doch hochklettern können. Da ist doch ein Ast. Ich weiß nicht, ob ich die hier einfach so wegbölzen. Dann machen wir das so. Was machst du denn da? Nochmal. Komm her. Jetzt haben wir... Hier ist noch einer angezeigt. Ich seh hier aber niemanden. Da unten. Okay. Hier sollte mich nicht sehen können. Was jetzt noch aufs Schiff? Och... Ach, Mann. Hier rein. Die Kontrolle über das Schiff übernehmen. Aha. Aha. Also sollen wir diesen... Nein. Nein. Diesen Typen hier. Habe ich hier ein bisschen was im Blick? Nö. Da kommt er. Das muss doch gehen. Na, ich wollte schon sagen. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich ihn umbringen? Komm mal her. Ich kann nichts erkennen hier. Es ist so dunkel. Oh, das ist gefährlich. Geh mal runter. Schawenzelt der jetzt immer hier nur so lang? Okay, okay, okay. Dann gehen wir mal rüber. Brauchen wir eine andere Stelle, wo ich ihn erwischen kann. Hier wäre gut. Wenn hier nicht noch wer ist. Da sind noch welche. Oh, hier ist ja auch einer. Guckt euch das mal an. Markiere ihn. Ja, da hinten einen. Aber den hier vorne nicht. Jetzt. Kann ich den eigentlich... Was soll ich das denn machen? Ich kann da ja auch nicht hochklettern. Dann sehen die mich auch. Komische Sprache. Ich muss ja nicht gleich singen. Runter, runter, runter. Ich drücke den Klöppel runter und drücke B, damit er runter geht. Was macht er? Er klettert hoch. Geh doch mal jetzt, will ich hoch. Hoch. Scheiße, zu spät. Ich habe das zu spät gesehen. Ich kann hier nicht hochklettern. Kann mir keiner erzählen, dass das geht. Sag ich doch. Scheiß Spiel. Also meine ich das jetzt hier, was ich hier machen muss. Um da hinzukommen, wo ich hin will. Ich brauche eine Stelle, wo ich ihn erledigen kann. Ich denke mal, so kann ich die Kontrolle des Schiffs übernehmen. Ah, hier ist ein Bereich, da ist es nicht gefährlich. Vielleicht sind sie da nicht ganz so allergisch. Kann ich mich hier, kann ich hier rauf? Das funktioniert sogar? Ach du Scheiße. Mann! Feuer! 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 Arbeiten dran, Sir! Feuer! Wir hatten geklafen, Sir! Feuer! Die sind weg, ne? Setz jeden Zoll Segel! Feuer! Schieß da hin! Feuer! Feuer! Wir stehen am Tor zur Hölle! Nein, nun komm, 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 jetzt! Schneller kann ich nicht. Eine Seite genau da rein! Ja, mach ich! Feuer! Die Zeichenkämpften! Feuer! Wir gehen unter! Und jetzt ganz schwimmen! Keine Gnade für die, die sich uns in den Weg stellen! Äh, äh. Feuer! 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 Triff sie dort, Sir! Das wird sie versinken! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Bereit zu feuern, Sir! Segel setzen! Feuer! Bis dahin, Sir! Feuer! Achtung, Einschlag! Feuer! Triff sie dort, Sir! Das wird sie versinken! Feuer! Roten getroffen! Feuer! Sie geht gleich runter! Tief! Hilf mir hier mal ein! Feuer! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Rahm und Marssegel festkuchen! Alle außer Großwerden! Feuer! Na, Captain! Eine Seite genau da rein! Haha! Sie stehen am... Feuer! Ich schieße... Entschuldigung, dass ich so ruhig bin! Ich schieße einfach nur so, so Feuer! Und dann... Von wo denn? Von wo denn? Von wo? Wo, 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 wo? Hä? Todesmutig! Feuer! Fällt noch, aber schwer beschädigt! Feuer! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Sag mal! Feuer! Das sieht doch nicht mehr Feuer! Oh, mir geht's ja gar nicht gut! Halt, das sehe ich ja jetzt erst! Feuer! Oh, mein Schiff geht's nicht mehr gut! Oh, dem geht's nicht mehr gut! Was hab ich getan? Aber hat Spaß gemacht! War gut! So, und jetzt wollen wir mal zusehen, dass wir da hinkommen! Wo wir hin müssen! Ist das da die Jack? Schneller geht nicht! Haben wir auch Feuer? Ah, wir haben hinten auch Geschütze! Das wusste ich nicht! Und vorne! Ah! Und da! Ja, genau! Bereit zu feuern! Sind bereit, Sir! Wir sind entkommen! Und jetzt? Ah! Öffnen und... Ah, die Templer waren fleißig, wie's aussieht! Lawrence, Prinz, Blut! Wertlos! Woods, Rogers, Ben Hornigold sogar torres selbst! Kleinste Mengen für einen bestimmten Zweck! Bring mich zum Observatorium, Robert! Ich muss wissen, was es ist! Und was dann, hm? Verkaufst du es hinter meinem Rücken? Oder hilfst du mir, es zu unseren Gunsten zu nutzen? Was immer meinem Lebensglück mehr dient! So ein Firlefanz! Ein frohes und kurzes Leben! Das ist mein Motto! Mehr Optimismus kann ich nicht aufbringen! Also gut, Captain Kenway! Du verdienst einen Blick! Mit Hilfe eines Seilschwungs töten! Weiß gar nicht, wie das geht! Hauptsache, er ist tot! Ich nehm lieber meinen Pfeil! So, und jetzt? Äh, falsch! Da wollte ich drücken! Mord und Totschlag! Hm, das hört sich nicht gut an! Ich mach mal hier ne schnelle Reise, geht das? Ja! Und dann kümmern wir uns mal ums Schiff! Ich müsste mich eigentlich auch mal um Jack kümmern! Hätte mal woanders hinreisen sollen! Aua! Ja! War schon so ein bisschen... So ein Business! So, wartet mal, wartet mal! Munition! Seht ihr? Können wir gut gebrauchen! Ja, danke! Klingt ich auch! Geh weg! Schwach! Gar nicht! Geh hoch! So, dann gehen wir hier nochmal gucken, was hier Phase ist! Ob da schon welche zurück sind? Beziehungsweise... Beziehungsweise... Ich glaube, ich hatte noch was zum Verschrott hin... 80... Es ist kein Platz in den Docks vorhanden! Schiffe haben wir aber nicht! Sieben Missionen, null verfügbar! Oh! Das wird schwierig! Ach, drückt mir mal die Daumen! Mein einziger Spaß! Aua, 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 aua! Ah, die sind denn nicht mal alle heil? Das hab ich gar nicht bewusst! Und die ist weg! Die zieht aber rein! Hoffentlich können alle schießen! Ja! Die ist weg! Und die schießt jetzt auf die... Ist ja nur noch einer übrig! Aber was hätte ich... Hätte gar keinen Schützen kriegen brauchen! Na, jetzt ist die Route nur noch gefährlich! Äh... Wir kümmern uns erstmal um unsere dicken Brummer! Das hätte ich mal gleich machen sollen! Das hatte ich gar nicht gesehen! Oder waren die... Verstehe ich gar nicht! Wie kann mir sowas passieren? So... Seekarte... Bis Kaya! Da sind nicht mal Aufträge jetzt! Ein guter Ruf! Oh, der bringt aber richtig Geld! Dann müssen wir bloß das richtige Schiff wählen! Nordafrika! Den Klerus füttern! Ja, 100%! Das ist alles gut! Und vor dem Sturm! Da fehlt mir was! Hm! Okay! Andeck! Ja... Wir sollten mal... Ich... Sollte mal lieber mit Edward... Wohin reisen, wo er was einkaufen kann! Verdammte Scheiße! Was mache ich denn überhaupt? Warum mache ich sowas? Hier gibt's nix... Oh! In Kingston gibt's was! Ja... Hätte ich mal gleich machen sollen! Tut mir leid, Entschuldigung! Ich will nur das letzte Pläne Länge ziehen! Und husten! Ja... Ja... Assassin-Aufträge haben wir schon alle erledigt! Seht ihr? Schön! Wo haben wir denn den nächsten Laden? Da! Da hängt noch ein bisschen Musik rum! Musik hängt in der Luft! Oder ist! Im wahrsten Sinne des Wortes! Zumindest hier! In diesem Spiel! Munition, Berserker-Pfeile! So... Und wir brauchen Jagdbeute kaufen! Es gibt keine Knochen, ne? Seht ihr? Das kann nicht sein! Ja... Musik liegt in der Luft! Wo haben wir das denn? Der ist auch ein guter Folgentitel! Aber bis das soweit ist, habe ich das schon längst wieder vergessen! Wo war der denn? Ich bin wieder ein bisschen motiviert, das nochmal zu probieren! Da hängt der rum! Den schleichen wir uns mal hier oben! Wo? Ach! Da ist ein Schütze! Wie nett! Edward geht hier auch gar nicht hoch! Guck! Hallo! Ich kann mich nur fallen lassen! Warum kann ich ihn nicht hoch? Warum... Warum kann ich nicht auf dieses Dach an der Stelle? Na, klappt doch! Ich habe dich doch schon mal befreit! Oh, wir haben sogar einen gebraucht! Schön! Dann haben wir das auch erledigt! Der Tag bricht an! Äh... Da ist ein Boot! Auf meine... Jackdoor! Alles klar! Ja! 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 Äh... Ja! Ja! Warten! Warten! Feuer! So! Ich würde mal sagen... In der nächsten Folge gibt es Mord und Totschlag! So wie in jeder Folge! Da reisen wir nämlich dann genau da hinten hin! Ich werde dann aber noch ein bisschen... Ja, mich dichter hinbringen! Ich werde dann wahrscheinlich hierher Schnellreise machen oder so! Aber das ist jetzt erstmal noch nicht wichtig! Ich danke fürs Zuschauen und... Ja! Ich freue mich auf die nächste Folge! Bis dann! Tschüss! Ich freue mich!